Mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Umsteigemöglichkeit in Richtung Kreuztal und Dillenburg. Meine Damen und Herren, bitte beachten Sie, wir sind pünktlich. Also denke ich, dass Sie alle Ihre Anschlusszüge erreichen werden. Noch mal zu Ihrer Information. Die Treppe runter, hinten wieder hoch sind Sie direkt bei Gleis 2 zu Ihrem Zug in Richtung Gießen. Die Treppe runter, hinten wieder hoch sind Sie direkt bei Gleis 2 zu Ihrem Zug in Richtung Gleis 2 zu Ihrem Zug in Richtung Gleis 2 zu Ihrem Zug in Richtung Gleis 2 zu Ihrem Zug. Me, Me, Me. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020